und Leute und was geht bei Eurem 30 bros heute infiziert mit dem henni und dem kathias zum ersten mal mw3 auf unserem kanal und zwar und zwar warum und zwar warum du musst erklären nein das bleibt geheim nein ich hab mein mw3 damals verloren aus irgendwelchen gründen die ich mir nicht erklären kann ich ebenfalls naja fast völlig unbegründet und so wir verzogen jetzt wir wissen nicht wie lange und wir wissen nicht wie viel und wir wissen nicht wer und wann und wo und deshalb warum wir machen es einfach richtig und ich werde erster sein Nei und den nervt mich hier oh mein Gott er ist tot ne 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 bockern oh bockern die neue an die 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 laufe diese ich habe aber zwei ist es noch trotzdem hast du zehn punkte mehr komisch die leute ging das schnell ich habe ich habe das er stand vor mir der stand vor mir alter ich war in diesem bei diesen aufzügen da gesessen da und da bin ich dann um die ecke gelaufen da ich habe nicht mehr stark guckt habe ich gesehen das ist ganz gut der Kier wenn ich sage ich bin ich will wo man war er bei den Bauern die sie mir ist so jetzt geht es ab mit den fmg ist super ich wollte noch sagen das tut mir sehr leid ich war jetzt gute lange lange zwei wochen inaktiv auf meinem kanal wenn nicht mehr 8 9 10 11 12 du hast nie aktiv nein ich war jetzt 10 Tage auf Malle und ja da kann ich nichts bringen ich produziere auch nicht im voraus ich produziere dann wann ich Bock hab dann wann wir Bock haben und deswegen kam jetzt einfach nichts und das nächste mal kann ich vielleicht ein kleines Ankündigungsliege machen ich bin im Urlaub oh mein Gott Leute ihr dürft mich nicht anschauen stehen Urlaub ich bin aktiv okay also und du hier die Schilder so schön du Lander ich hätte ich es gerade gesagt ich verstecke mich aber da ich aufnehmen schenk ich werde ich jetzt umgehend geohnt bei mir läuft es gerade einfach da kann ich mal ein bisschen nachladen kennst du das wenn du nachladen möchtest und dann wieder los springen nicht mehr nach oh ja ein Traum wird warm wo seid ihr klein Mann ach es nur noch 2 wie schnell ging das denn bitte hä wie schnell ging das denn bitte es sind erst zwei infizierte mein Freund ja das hat alle alli mein Name Leute die Acht und Oben das war bei mir Gigi! Wie bitte? Boah, jetzt bist du dran. Du bist dran. Die jagen nicht uns, wir jagen sie. Sanaleen, du bist dran. Hast du nicht? Nein, hast du nicht. Okay, aber du bist trotzdem dran. Das prophezei ich dir jetzt schon. Nein! Hey, wo bist du, Mann? Du lebst also noch, Mann. Ich bin weggerannt. Ich bin weggerannt. Da ist der Bobby. Oh, du bist jetzt da auch, bitte. Lol, lol! Lol! Lol, scheiße! Keine Amo mehr, alter. Fuck! Echt nicht? Nein! Nein! Nichts mehr! Ja, aber wenn du über die gleichen Läustern, äh... Aber komm, ich hab wenigstens gerusht in den Einsatz für den Camper-Pussys dahinten. Ah, ich hätte fast den vorletzten. Okay. Okay. Hab ich in die Lüfte, das Messerchen. Ah, okay. Menno! Schon vorbei! Oh, naja. Aber der läuft, Mann. Wer läuft? Läuft, läuft! 7-1! 7-1! Tuck! Ins Face! In der Face! Boah, ey, die mit dem LOL, alter. Der geht auch gern ab, ne? Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch ein paar dran. Auf jeden Fall, Mann. Wo könnte man sich da dann hingammeln? Auf dem Downturn kann man... Ich, äh, 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 ähm, cap ich direkt da links neben dem Bus. Ja. Das ist so, wo die Posi... Ja. Oder mit Pistol rumrushen. Scheiße. Scheiße. Ist, ach, Secondary bestimmt. Ja. Ah, ne, mach ich lieber nicht, das ist mir zu riskant. Riskant. Risky, risky. Risky, risky. It's too risky. Oh, yeah. Wir nehmen schon auf, oder? Wir nehmen noch auf, mein Freund. Neue. 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 Ich bin mal gespannt auf, 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 irgendwann mal, auf, wie beide, man Nepal, infiziert ... Schi, spurd auf was? Das Irgendwann, die, bei denメismus. Mmm ... Ja, mir wird erwartet jetzt hier. Ja. ich springe auf diesen Arschkapten rum blalalalalalalalalalalalala dummer Junge der hat sich, alter, der hat sich immer selber Loll Punkte Regen Punkte Regen Also Leute, ihr seht hier meine richtig Oberloops, gehe ich mit der Sniper Denn ich kann nicht Der war lecker, der war lecker Woah, woah, woah Lol, lol, wie ich dich dreimal in den Rücken gemessert habe Boah, das ging, sorry Leute, war das ruhig, aber wenn ich mich so konzentriere, dann muss ich nicht reden Boah Leute, das war einfach knapp, das war Lol, wie der Lappen sich da durchmessert Aber wie... LOL Das war richtig gut, richtig abgegangen gerade mit der Pisse Aber ich hätte nicht lange aushalten können, das war einfach zu heftig Ja, haha Oh, taktische Zerstörung, hab ich noch ein Ding, wie geil sieht das denn aus Rufzeichen, Titel Wo ist das, wo ist das, taktische Zerstörung Er ledigen sich 25 Gegner, die mit einer taktische Einstieg ins Spiel kommen Wow, ne Okay, aber egal, sieht ganz geil aus Die Das gönne ich mir jetzt erst mal den Titel Also das war schon rein zur Zerstörung gerade, ne Alter, das war jetzt Zerstörung auf höchstem Niveau, älter Pulverisierung Ah, Pulverisierung Okay Aber ich würde sagen, wir haben immer noch einen Hinterern und dann machen wir Break Joa Schlafen ist Paule angesagt, für die kleinen Zerstörung Okay, das war vielleicht ein bisschen Naja, möglicherweise, vielleicht Möglicherweise, eventuell in zwei Stunden Schöne Dubstep reinhauen, zum Chillen Dubstep, aber dann Chillstep, ne Ah, meine Güte, ja Kennst du Chillstep? Ah, na, alles für eine Mischung, Chillstep und Hotstep Was du das hast? Ja Ich hab grad was zum Laufen, ja Hammer geil Ja, Mann Boah, der geht mit seinem LOL Der kann mich gleich mal Ja, genau, Mann Ha, er ist dein Pizzer Und ich Rappet euch alle, ne Wo bist du mein Schatzi? Wo bist du mein Schatzi? Ja 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 Sie wird zusammen infiziert Okay Okay, okay, komm, wir hauen dir weg Ich glaub, infiziert, krieg man mehr Punkte, als wenn man sonst Wie viele Punkte kriegt man? Haaaah 250 Okay, weiter geht's Das ist grad richtig abrock, Alter Ja, ich auch Okay Konzentration boys Zweitbester Zweitbester, mein Humo Zweitbester, mein Humo Zweitbester, mein Humo Driebester drumherum Ja, ich bin Oh, Mann, den kommt einfach nicht ran Pokerface Um es klingender Ja, um es klingende Ok, das sind noch zwei überlebende Siehste Ja, hast du ja gesehen Alter, 18 Der ist mir ja fast beim Mo abgeräten Naja Mo web Ok, der ist aber auch wirklich extrem abgegangen Ja, alter, der hat nicht locker dreimal geholt oder so Muss man ihn lassen Ah, 13 Guck, er hat trotzdem 1400 Punkte, ne Ja Nein, du hast erst der Infizierte Ja, gut, Leute Äh, ich würde sagen, dabei was lassen Belassen wir es erstmal Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüss Tschüss